Hallo von der ProLight & Sound 2018. Ich bin hier zusammen mit dem Veit. Hallo. Hallo Veit. Du bist von DB Technologies, aber heute hier sind wir mit der Mütze der Virtuellen von Arndt Music unterwegs. Und du zeigst uns mal ein Mikrofon, was ihr neu am Start habt. Genau, das ist ganz spannend. Das ist das UNO G8. Das ist unser Handmikrofon. Das gibt es auch mit Headset im 1,8 GHz Bereich. Schieß mal los, zeig mal, was du da hast. Also das hier ist das Mikrofon. Haptisch sehr schön. Wertig. Alu, genau. Und ein Infrarot-Port. Das heißt, wir können die Settings, die wir vorher hier eingegeben haben, über Infrarot quasi mit dem Handheld synchronisieren. Analog dazu beim Headset genauso. Hier gibt es auch ein Infrarot-Port. Weil es jetzt eben zwei Optionen gibt, entweder mit dem Handheld oder mit dem Beltpack. Genau, das Gerät wird immer im Set verkauft. Es kommt im Set immer der Empfänger. Es sind immer die Antennen mit dabei. Es ist vor allen Dingen auch immer der Rack-Mount mit dabei. Zusätzlich dann das Beltpack und das dynamische Headset-Mikrofon. Alternativ das Handheld. Alles klar. Was habt ihr da für eine Kapsel drauf? Da ist eine dynamische Nierenkapsel drauf. Von der Ausstattung her, was habt ihr da? Ein paar nette Features noch, die man sonst so zum Abticken immer gerne hat, glaube ich. True Diversity und so, ne? Genau, True Diversity. Ganz besonders wichtig hier 1,8 Gigahertz-Bereich. Also man ist aus der ganzen UAF-Nummer mit einer Lücke. Was darf ich, was darf ich nicht? Muss ich anmelden? Muss ich nicht? Natürlich ist man komplett raus mit 1,8 Gigahertz, 1,8 Gigahertz, UNO G8, das steht ja auch drauf. Ist man auch aus der 2,4 Gigahertz-Nummer raus, also WLAN, Bluetooth, Parkhaus-Öffner, stört alles nicht. Cool. So, besonders attraktiv ist da bei dem Paket halt jeweils der Preispunkt? Natürlich, wie immer der Preis. Wir rechnen hier, der UVP liegt knapp über 300 Euro bei beiden Systemen. Alles klar. Und die sind bereits erhältlich? Die sind bereits erhältlich bei allen üblichen verdächtigen Shops und natürlich im Internet. Ja, alles klar. Super. Dann sagen wir vielen Dank für Einfach Auflegen von der ProLight & Sound 2018. Andreas und Veit. Dankeschön. Danke. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschau.